Also, herzlich willkommen, es ist Samstag, 20 Uhr, wir können das Battle Royale leider nicht stattfinden lassen, weil es ein technisches Problem gab, aber wir haben eine Alternativlösung. Und zwar, wir machen jetzt gerade ein Server-Backup und das Backup wird um 21 Uhr wiederhergestellt. Das heißt, alles, was dazwischen passiert, wird quasi unresettet, Inventare werden resettet, etc. Und wir werden Diawars ganz normal weiterspielen mit folgendem Change. Der Friedensmodus wird für alle Spieler deaktiviert. Und ansonsten bitte ich euch auch, falls der Friedensmodus an ist, bitte rauszugehen. Zweite Änderung, ein Kill ist nicht mehr 5%, sondern 15% aus dem PvP-Fondswert. Und der PvP-Fonds wird um 500 Diawars aufgestockt aus dem Battle Royale-Fonds. Das heißt, der Kill wird gleich relativ viel wert sein zu Beginn. Sobald das Server neu gestartet ist, geht es instant los. Also, sobald ihr gleich auf dem Server drauf seid, ist eigentlich damit schon quasi das Ersatz Battle Royale eröffnet. Bauen könnt ihr leider nur in eurer eigenen Region. Ihr solltet keine negativen Effekte mehr haben, wenn ihr viele Diawars bei euch habt. Vergesst aber nicht, wenn ihr sterbt, dann verliert ihr auch die Dias, die in eurem Inventar drin sind. Und das ist jetzt unser Ersatz Battle Royale für den Samstagabend. Nächsten Samstag waren wir noch das richtige Battle Royale dann. Okay, es geht los. Ja dann, viel Erfolg. Tschüss. Danke. Okay. Los geht's. Ich trau mich ehrlich gesagt gerade gar nicht, den Spawn zu verlassen. Also ich trau mich gerade gar nicht vom Spawn wegzugehen. Ich hab ein bisschen Angst. Flieg einfach schnell in die Base rein bei uns. Ja? Ja. Aber da sind auch ein Spieler, die kommen hinter mir her. Bauen wir uns einfach eine Stunde in unserer Base ein und warten einfach. Oh mein Gott. Wir müssen auf die kleinen Leute gehen. Kenji, pass auf mich auf, okay? Kenji, wir müssen auf die kleinen Leute drauf gehen. Ja, ja, 200%, 200%, wir müssen jetzt sofort los. Ja, ich brauche gerade, ich brauche gerade nicht. Ich bin Lockvogel, ich bin Lockvogel, da sind sie gerade hinter mir. Warte, 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 Chat. Wer ist denn da alles? Ich brauche die Dias, ja. Ja, kann ich dir geben, kann ich dir geben. Bei uns ist schon direkt jemand. Ja, aber ich könnte Lockvogel sein, ne? Das ist irgendein Blauer, das ist irgendein Blauer. Ich glaube, das ist Tobi. Ja, ich könnte versuchen zu quicken. Bin ich kein 1-A-Lockvogel? Das ist auch super. Da unten, ah ne, Kenji ist da unten. Wie verlängert man Posten? Wo ist Kenji? Krassi ist nach unten. Achtung, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Na ja, Gibi. Ja. Ja. Übrigens, hinter der Tür dahinter bist du sicher. Die Frage ist halt, was ich tun soll. Also einerseits würde ich natürlich schon gerne einfach Tastafarm draufkloppen, aber wenn ich gekillt werde, kriegen die halt richtig viele Dias, ne? Wir warten, wir warten ein bisschen. Die ersten, okay, der ist natürlich jetzt richtig lecker, ne? Haben wir so einen Back-Teleporter? Nee, nein, nee. Ich glaube gar nicht, wir haben null. Der Back-Teleporter nennt sich Trug. Wir können auch einfach die Bau-Challenge weitermachen. Nee, um 20 Uhr, ernst. Resettet um 21 Uhr. Ach ja, stimmt. Ich gehe zu euch. Sollen sie das? Wir dürfen gerne Blau haben. Nee, ich hau, ich hau die ganze... Doch, Blau soll, Blau soll zu uns kommen. Bitte soll Blau zu uns kommen. Die sind bei uns, Kenji. Oh, wie geil. Aber die sind auch die Game, hier ist jeder, gar nicht, jeder. Oh, wie geil, sag das doch. Och, wie toll. Das ist überhaupt nicht toll. Muss ich die ja gar nicht suchen gehen. Hier fallen ja wirklich alle, das ist ja insane. Lass versuchen abzustauben. Geh mal auf Melvin, auf Melvin, auf Melvin. Ja, ja, ja. Die haben alle, die haben alle Netherite. Was sollen wir tun? Wir sind auch wohl Netherite. Versuch irgendwie abzustauben. Warum geht Melvin, weil Melvin kackelt mich wahrscheinlich raus, weil er weiß, dass... Ja. Soll ich jemanden rauslocken? Soll ich jemanden rauslocken? Es regnet halt, das ist super kacke. Geil, kann jemand mal kurz im Chat Melvin erklären, dass es keinen Sinn macht, dass Melvin nur nicht fighten, weil wir uns hier nicht droppen? Die tanzen da alle. Süß. Boah, das ist halt super schwierig. Feister, 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 so zum Drop. Feister, gejobbt, Feister, gejobbt. Ja, okay, das Feister, Feister, Feister. Äh, wo ist der? Wohin, wohin, wohin. Oh, Hui, Hui ist hier? Hui, 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 Hui ist hier. Der panikt, der panikt, der panikt. Ja, ja, ja. Der rennt in das Porn. Er ist raus. Oh, hier ist 0x. Gott, die feiten sich ja alle hier bei uns. Warum sind die jetzt der Austragungsort? Nein. Aber andererseits ist gut. Ja, weil unsere Fläche, wir haben so eine schöne Fläche zum fighten. Hab Kass, hab Kass, hab Kass. Ja, geil, geil, geil. Oh mein Gott, das ist schon. Platzier, 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 platzier. Oh mein Gott, das ist so smart, dass die hier fighten. Ein verdreht platzieren. Ja, ja, oh mein Gott, stimmt. Das war so smart. Oh mein Gott, das war so wichtig jetzt. Geil, Kenji. Geil. Wo sind die jetzt alle? Hast du platziert? Ja, hab platziert, hab platziert, hab platziert, hab platziert. Er ist weggegangen, oder? Ich sehe keinen mehr. Fuchs, da hast du einen Bogen, womit der Mitschul erschießen kann? Ja, hier. Hast du Pfeile? Ja, einer, einer passt. Okay. Ey, wenn jemand Kopfwimps hat, sagt Bescheid, ne? Kopfwimps wäre hier die Woche aufgegangen. Lass mal den mit dem Dia-Helm angreifen. Der mit dem Dia-Helm. Ja. Das ist nicht schlimm, wenn wir die wegschuhen jetzt ein bisschen, ne? Weil Marcel und ich fighten auf den Fall. Ich kenne die Target, Target, Target. Den mit dem Dia-Helm. Alles klar, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Welcher? Ich hab Noriax dreimal getroffen gerade. Ja, das... Rot ist auch noch da. Das war ein richtig guter Call. Ist egal, wo du die platzierst. Hab platziert, hab platziert, hab platziert, hab platziert, hab platziert. Geil. Das ist das Fightenswap. Ich hab Noriax gerade dreimal getroffen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Lass mal Norman targeten oder irgendeine... Ja, ich hab Norman getroffen. Ja, Veto targeten, Veto targeten. Wir müssen immer jemanden targeten. Gut gesagt, gut gesagt, du bist so schlau, Wuchse. Oh mein Gott, wir haben fast blau eingeholt mit den Punkten. Das ist so strong gerade. Geil, 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 geil. Geil. Ihr habt ja komplett rasiert. Aber das ist halt nicht smart, bei einem anderen Team zu fighten, ne? Ja, bitte aufpassen. Joe, bitte, bitte. Joe, bitte, du bist aufpassen. Du kannst ja nicht fliegen. Joe, bitte, du willst dich fighten, Joe, bitte. Die dir auf mich drauf gehen. Ich renne ja weg, ich renne ja weg. Joe, du checkst nicht, was du für den Quick-Jobst du bist. Die verfolgen dich, ne? Nein. Okay, ich geh jetzt zu uns, unser Königreich, okay? Warte, wo fighten die denn jetzt gerade? Bei Rot? Bei Blau. Ach, bei Blau, Digga. Oh mein Gott. Böser, Melvin. Weiter, nicht gegen Melvin, der Quick-Drop dich in drei Sekunden. Hm? Melvin Quick-Drop dich in drei Sekunden. Wir sind alle bei Blau. Ja. Ja, die Blau hat hier weiße Dinge. Lass auf wichtiger gehen. Das ist auch scheiß Dreck. Hey, jedes Mal macht es so bling, wenn ich treffe. Und schon wieder getroffen. Blung. Das ist doch lustig. Hihi. Ganz schön schwer, mit der Lytra so zu fliegen, dass man jemand... Er hat tot in der Hand. Ich glaube, er poppt gleich. Ah, ich sehe. Oh mein Gott, ich habe mich zu weit nach hinten tippelt. Ich fighte gegen ihn gerade. Ja. Oh mein Gott, sie ist kack. Ich glaube, er haut ab, ja. Ja. Kann man nicht die Spawn Protection ausmachen? Oh mein Gott. Mike versucht, mich zu kriegen. Der wäre jetzt daumen gegangen, ne? Der wäre jetzt daumen gegangen. Mit mir stinkt, Mike. Ist er da? Hopp! Ja. Aber, aber die Kills gehen nicht auf Mikes Konto. Upsi Pupsi. Wie wütend Mike wahrscheinlich gerade ist. Aber die Idee ist wirklich gut, mit der Lytra anfliegen. Ein Pfeil muss treffen. Das ist wirklich fast One-Hit, ne? Fabis blödes, sadistisches Kack-Labyrinth. Das gibt es nicht. Ist ein lieber Kerl, der Fabio. Das ist echt nicht, ne? Oh. Oh, ich will einfach hier raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier schon war. Aber krass, dass Mike versucht hat, mich zu kennen. Mike war schon hier auf 180, weil ich ihn die ganze Zeit genervt habe. Mit meinem Bogen. Aber genau da habe ich das Richtige gemacht. Mike aus dem Konzept bringen. Das ist das Einzige, was ich kann. Darin bin ich gut, Leute. Menschen aus dem Konzept zu bringen. Ja. Oh. Ich würde auch gerne mal Diamanten halten für einen Kill. Auch wenn es so fünf sind. Ciao, bitte. Du hast acht ihrs. Pass auf, ne? Du bist schon nichts. Aber ein bisschen schießen kann ich ja. Das ist Mike Ärger. Der war schon vorhin richtig am Ausrasten wegen mir. Ich habe nur ein bisschen Angst um dich, ne? Oh, ist süßer. Oh, Fuchs ist schon wieder da. 14 pro Kill, 14 pro Kill, 14 pro Kill. Jetzt rauf. 14? Okay. Also jetzt sind auch nicht Ciao, aber... Die Spenden sind angekommen. Die Spenden sind angekommen. Sehr geil. Und wir haben 5.000 geknackt. Geil. Weiter so, Leute. Sehr geil. Der einzige Wunsch, den wir haben, ist, dass wir es fünfstellig schaffen mit dem Projekt. Ja, Marcel, wir penden nicht. Das wäre cool. Wie gesagt, ab jetzt gehen die Spenden halt... Die Spenden erhöhen den Diamanten-Kill-Count. Ich höre das Bling nicht mehr, wenn ich einen Spieler abhaue. Oder bin ich einfach scheiße? Ah, ich bin scheiße. Wer ist das hier? Oh mein Gott. Krass. Oh mein Gott. Wir hauen uns hier mit dem Bogen weg. Komm, let's go. Ja. Da will jemand mich die ganze Zeit ärgern. So ein Blau. Glaube ich. Ah, Joe, du hast noch acht Dias im Inf. Ja, habe ich. Dann chill mal ein bisschen. Nicht falten. Nicht falten. Nein. Was macht Spaß? Bitte. Das macht Spaßi. Dann gib mir die Dias. Ja, okay. Dann kannst du falten gehen. Okay. Schau, bitte. Gib bitte roh, ist aber kein Kill und schau auch nicht. Was soll schon passieren? Ich gewinne noch. Ich gewinne. Okay, Leute. Das war das Battle Royale. Es hat Spaß gemacht. War doch lustig. Hallo, Joe. Alter. Zeitreise, wirklich. Du wolltest was sagen, Joe. Nee, ich wollte fragen, ob das denn noch ging jetzt quasi als Ersatz. Ja, klar ging das. Easy. War geil. Ja, das war wirklich Action. Das war richtig geil. Ja, bis du auf, dass Melvin mich zwei getötet hat, war das eigentlich cool. Hat Spaß gemacht. War geil, doch. Hat mir Spaß gemacht. Aber Samstag wird besser, sage ich. Nächste Woche dann das richtige Battle Royale. Hat aber Spaß gemacht. War lustig, Leute. So. Salve, Neustadt. Yippie. Das war's. Raus. Raus die Mausi. Juhu. Ja, das war's. Ja. Vielen Dank.